der kaiser wird uns führen er fehlt uns nicht und die tun die kriegt man erst nur wieder hier die alber in den hüllen kriegen wir glaube ich hier ich will das war nicht was mir so viel pusteblume wollen das pusteblume die hat schon wieder gebrochen ist ja auch mühen dabei ist gar nichts dabei die ungezogen Hätten wir dieses schon mal. Naja. Gut, hier gibt es also nichts. Mieswurz, mhm. Ja. Es fehlt uns also quasi nur noch. Wauwauwau. Oh nö. Ah, ja. Nicht nett. Gar nicht nett. Gar nicht nett. So Freunde, ich bin immer noch mal ganz, ganz, ganz kurz AFK. Ja, wo waren wir stehen? Wir waren bei den... Mütchen, der weiße Mütte. Hallo, Mütte. So, wir sollen den ganzen Shit-Kram noch mal von vorne tun. Ähm. Ja. Geh ja schon, Entschuldigung. Keine böse Absicht. So. Ähm. Wir müssen ein wenig besser auf unsere... Äh, links aufpassen. Auf unsere... Zunday. Ähm, ähm, da hinten ist ertrunken. Da ist er wieder weg. Are you with your boy? Are you... Hallo. Kann ich das nicht? So, die täten wir schon mal. Wie schmeckt dir das, Silver? Wie war das? Wir müssen besser auf unsere Gesundheit achten. Weck mich doch die Tisch. Und ich habe von der Zockerhexe immer noch keine Antwort bekommen, warum ich denn singen sollte. Also eben sind wir mit den Ertrunkenen irgendwie ein bisschen besser fertig geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Wie in Ruhestörung, wenn ich mein Schuhe ziehe. Ähm. Was macht denn... Was macht denn... Was macht denn dieser Donner eigentlich? Battery low. Oh, battery low. Moment. Charging battery. 30% Angriffskraft. Ja gut, dann können wir das ja mal reintun. Und der... 20... Zu viel Vergiftung ist aber auch nicht gut. Mhm. Ähm. Ja... Gaswolke, ich weiß. Ich baute ihm da nen Baum hin. Ich baute ihm das alte Zeichen. Danke sehr aufdringlich. Schölkraut. So, jetzt haben wir es. Und damit wir nicht wieder unseren Wölfen über den Weg laufen. Nehmen wir diesmal den direkten Weg. Wir hätten eigentlich auch äh... Los, lauf! Zurück und Schnellreise, aber... Wir platze ich durch. Danke sehr. Sehr aufmerklich. Wir brauchen dringend mehr Nahrung, um unsere Ausdauer, um unsere Dings zu regenerieren. Aber erst mal brauche ich Zwergenschnaps. Ich hab hier auch voll in meinem Acker. Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat. Ja, wir verblüben. Für uns bezahlt der Staat. Lauf, Plätze! Ähm... Ich will mich noch nicht darauf vorbereiten. Hast du irgendwas... Hast du Zwergenschnaps? Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer. Aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Bleimo! Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Was hast du denn so? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Ja... Ähm... Zwei reichen wir. Dies ist leider nicht unsere... Ehm... Ehm... Aha... Eine Reparatur-Kitch. Nehmen wir mal mit... ...Neehm wir auch mal mit... Pass auf dich auf. jetzt können wir also den rollen fünfmal scheu kaufe an die hier ist die pustel blumen Hier muss ich doch irgendwo. Gibt es denn hier kein Schölkraut? Das ist ja Wahnsinn. Wir sammeln hier einen möglichen Scheiß ein. Da. Da muss ich doch noch mehr von geben. Wieviel haben wir jetzt? Eins fehlt uns noch. Jetzt aber. So. Auf dem Sperrbewerb-Quest verfolgen. Schneller. So. 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 Wir versuchen unsere Glück. Ich weiß gar nicht, ob das auch schief gehen kann. Ich hab keine Ahnung. Ja? Ja. Ich habe einen Trank. Ich hab einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen. Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser als nichts zu tun. Genau. Nämlich ein herzliches guter Mensch. Ich mag dich Hexer. Hier ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Wie käme ich schon wieder? Ja. Ähm. Gut. Wir sind wieder eine Stufe aufgestiegen. Charakter. Ähm. Wir haben gerade keinen. kein rotes Mut ergehen. Aber dafür haben wir mehr Vitalität. Ja. Ist gut. Das sind die Hauptfertigkeiten. Die können wir da nicht platzieren. Und. Und. Mhm. 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 Wir wollen auch noch mit dahin ziehen. Erstmal. So. Ähm. Um...